Herzlich Willkommen zurück in Moria. Heute versuchen wir ein bisschen... Alter, der klingt wie ich, wenn ich Milch gegessen habe, ohne Witz. Äh, Milch getrunken habe. Oder irgendwas mit Milch als Zutat gegessen. Wir versuchen heute Richtung der Schmiede zu kommen. Urins Schmiede. Wirklich? Immer noch? Die sind Armored Orks, die sind so eklig. Vielleicht unten? Und versuchen weiterzugehen. Ich glaube... Ich weiß nicht, auf welcher Ebene die Tür ist. Versuchen wir es mal hier. Ich glaube, da unten habe ich die Tür gefunden. Sie ist ganz unten. Okay. Ganz nach unten. Äh... Versuchen nach... Zu... Zu Durins Schmiede zu kommen. Damit wir uns ein paar neue Rezepte besorgen. Beziehungsweise... Vielleicht auch einen neuen Spot finden, wo wir bauen können. Denn... Der alte Spot geht mir ein bisschen auf den Zeiger. Ich liebe ihn. Wegen dem Zugang zu den... Ähm... Zu den... Tiefen Tiefen. Den... Wie auch immer man das nennen möchte. Aber... Permanent da wohnen ist nicht so geil. Weil wir... Ich musste jetzt schon viermal unser... Unsere Lager nochmal neu aufbauen. Weil... Querschläger immer die Lager treffen. Keine Ahnung warum. Die Lager werden getroffen. Sie gehen kaputt. Und ich muss den ganzen Kack nochmal neu bauen. Es ist nicht schlimm. Aber... Es ist halt nervig. Oh das ist ein dicker. Oh das ist ein dicker. Oh das ist ein dicker. Keine Panne für das! jetzt nicht noch mal in der patrouille laufen oder sowas als kurz gelackert keine ahnung warum er jetzt gestorben ist aber ich finde es gut wasser vorsicht wasser ist der natürliche feind der zwerge werden wir sauber verlieren wir rüstungswert ich hätte gerne so einen schönen großen spot einen relativ großen spot wo auch schmieden und alles hin passen und irgendeiner hat einen ganz ganz miesen tag ich mag das finde ich super wunderbar Schlag wieder andere ich glaube wir sind auf dem ich habe ein bisschen die befürchtung dass wir auf dem falschen weg sind aber wir haben immer noch ich habe immer noch einen Raidmeter obwohl ich Orctown platt gemacht habe okay okay da oben geht die Pasta ab wow the balrog rampage through here this place will one day be filled with dwarves again da kommt einer hoch achso Durin's Forge da muss ich aber hin oder ja komm komm noch ein Stück noch ein Stück ich will nur gegen die Bremse okay da auch Freunde zu rufen rufen die Freunde oder war das einfach nur ein ich habe Angst da ist ein Zwerg Ich befürchte, ich muss wieder. Ich muss wieder Granit finden. Da unten ist ein Rädchen. Wenn ich so einen Ort... Ich war so froh bei dem anderen, dass wir einen Ort gefunden haben, der nur einen Eingang hat. Aber leider hat das im Nachhinein nicht mehr wirklich funktioniert mit dem nur einen Eingang. Weil sie halt permanent bei uns in der Basis gespawnt sind. Also am besten ist es, wenn ihr eine Basis sucht, wenn ihr eine Basis baut. Irgendeine Ecke. Nein, ich bin nicht hier. Das ist jemand anderes. Paul ist hier. Nicht Kelder. Ich muss... Vermutlich... Ich will da nicht rüber gehen. Die kommt dann von unten hoch oder sowas. So, wir haben da hinten wunderbare architektonische Bauwerke zu sehen. Ich will da nicht rüber gehen. Das ist ein Draht, wenn ich will da nicht hin. Ich will da nicht rüber. Ich habe den ersten Würm schon gerade so nur hinbekommen. Wir haben vier. Wir haben immer noch Rebuilder Minehorst. Kann ich? Kann ich vielleicht da oben rüber, kann ich den, ich möchte, ich bin nicht gut in sowas. Ich habe nicht die Rüstung um gegen das Vieh zu kämpfen. Ich kann aber, ich weiß nicht ob ich da rüber kann, aber da oben vielleicht. Wenn ich Glück habe, nutzen wir einfach die Umgebung aus. Ich weiß nicht. Das wäre ja eigentlich auch ein cooler Spot umzubauen. Da unten ist irgendwas. Ist das so eine Art Bosskampf, den man machen muss? Ich hätte echt gerne nochmal einen Teleportpunkt. Aber ich glaube Teleportpunkte sind aus. Da oben ist, da geht es nicht weiter. Alter ist das geil. Ich liebe es. Ich liebe dieses Spiel. Ich hätte es nicht gedacht, ich hatte zum Anfang echt meine Bedenken. aber es ist so gut. 140 Yards, Frears Outpost. Aber, oh Gott sei Dank, ich habe Diamanten dabei. Ich habe auch ein tolles Inventar. Okay. Telcha, zwölf Stück. Die große Preisfrage ist, komme ich da irgendwie rüber, ohne dass ich gesehen werde. Also über die Brücke nicht, denn da ist keine Brücke mehr. Okay. Ähm. Unten rum denke ich. Okay. Und so haben wir uns an den Elfenholz. Wie finden die Elfenholz? Wie finden die Elfenholz? Wie finden die Elfenholz? Resin, Woodscraps. Oh, Entschuldigung. Okay. War vielleicht ein bisschen, ähm, ja. Und? Haben wir, da haben wir nix. Was? Scrap. Ironwood. Das würde ich halt voll gerne mitnehmen. 2 Carvings liegen hier. 2 Carvings liegen hier. 1 Carvings liegen hier. Und dann ist das so. 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 Zeug für nen Haar. Okay. 12. Wir brauchen 12 Carvings. Ähm. Da unten geht's weiter. Oder irgendwo anders hin. Zumindest. Ist das. Da unten sind auch noch zwei. Was ist das hier? Das sind so. Was sind das für? Verstehe ich's nicht. Aber ist okay. Ist nicht schlimm. So. Da lassen wir mal zu. Da geht's runter. Entschuldigung. Nein. Ihr könnt nicht fliegen. Ihr müsst da oben bleiben. Ich bin hier unten. Hier unten ist Clivo. 100 Yards. Fraß Outpost. Da müssen wir doch was kriegen. Wir checken mal noch. nach den Carvings. Das dürfte. Ach. Ich hab das. Ich hab das Ironwood liegen lassen. Ich wollte gerade sagen. Das dürfte nämlich hier auch alles Ironwood sein. Schönen die bitte drauf gehen. Das wäre ultra lieb. Carving. Ja. Das ist Ironwood. So. Haltstraps weg. Ironwood rein. Habt ihr mich jetzt nicht gesehen ne. Nein. Nein Nein Nein. Ich bin der mega sneaky Dwarf. Ninja Modus aktiviert. Quasi. Da hinten komme ich rüber. Ich war jetzt voll ein auf Assassin Dwarf. Das war doof. Aber das geht. Ich muss nur gucken, dass ich später dann wieder... Oh, bitte lass an dem Außenposten ein Teleport sein, den wir reparieren können. Ich mag den Boden hier. Wenn du denkst, dass Moria euer ist, dann... Was ist das denn jetzt? Oh, Alter, ich bin so kurz davor, weißt du? Schön, es wird nachts. Ich brauche eine bessere Weapon für das. Wenn du das Schreien bitte sein lassen, ich muss zum Außenposten. Toll. Ich brauche. Okay, wenn du jetzt da unten bleibst, ist es mir egal. Siegte Desolation Outpost. Und wir... Natürlich, ich habe keinen Stein dabei. Okay. Okay. Ja. Ein stinknormaler Stein fehlt jetzt. Okay. Wir sind aber an Frars Außenposten angekommen. Okay. Okay. Ich werde hier definitiv nicht bauen. Das geht mir ja jetzt schon auf den Sack. Okay. 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 Komme ich irgendwie an normalen Steinen? Ist irgendwas davon normaler Stein? Draußen? Irgendwelches Geröll vielleicht? Die Augenkling sind. Die Augenkling werden. Ich bin Mya! Ich bin ich. Jetzt habe ich ein Zechen. Ich bin Sie! das ist granit hier da könnten wir stein finden ich muss immer darauf achten dass ich ein stack von jeder ressource dabei haben das ist übel so sehr schön wir haben den hahn können wir mit adamant können wir bauen okay das ist morgen und an dieser stelle sage ich dann vielen dank dass ihr mit dabei war wir sehen uns das nächste mal wieder und wie immer liked kommentiert hilft mir sehr im algorithmus bis zum nächsten mal bleibt gesund